Harry sagt guten Morgen, heute am 10. März 2020. Es ist 8.15 Uhr, wir haben 21 Grad, wir haben hier mäßigen Wind, wir haben auch mehr oder weniger kleine Wellen, Sonne, keine Wolken. So, der Kalima soll wieder vorbei sein. So, und mit diesen Aufnahmen verabschieden wir uns, dann auch wieder für heute und sagen bis morgen, Asta Manana.